Also eins, was mir immer sehr häufig begegnet auf dem Weg in die Lernorganisation, ist das Thema Digitalisierung. Das hatte ich Ihnen gesagt. Die Digitalisierung, so jetzt läuft das hier einigermaßen, die Digitalisierung, das ist ja nichts, was ein Selbstzweck ist. Das machen wir mal ein bisschen Licht, dass Sie nicht sehen, ist ja nichts, was ein Selbstzweck ist. Ich nehme die Kamera mal wieder ein bisschen zu mir. Wir sehen ja heute draußen nicht so viel im Moment. Dann können Sie ein bisschen nach rechts zum Land gucken. Ja, wenn ich so nach Unternehmensziel, nach Strategie frage, ja, wir digitalisieren, das ist unser Transformationsziel und das kann nicht sein. Also es kann nicht ein strategisches Ziel sein, das Unternehmen zu digitalisieren. Das ist zu kurz gesprungen. Digitalisierung ist ein Werkzeug, ein Werkzeugkasten. Sie machen ja nichts anderes als Geschäftsprozesse digital abzubilden. Und das muss immer Richtung Kunde passieren. Also wir haben in Deutschland ein Verständnis dafür, dass wir das immer so nach innen abbilden. Das muss Richtung Kunde abgebildet werden. Ich muss damit Ergebnisse erzielen, denn mein Geschäftszweck muss gewinnorientiert sein. Das steht im Handelsgesetz. Der ist nicht dafür da, mich jetzt selbst irgendwie mit mir zu beschäftigen. Und daher kann Digitalisierung nur ein Werkzeug sein. Ein Werkzeug auf Effizienzausrichtung, auf Fehlerarmut gerichtet. Also auch alles Ziele, die in der Lern- und Organisation durchaus ganz oben stehen. Und natürlich auch letztlich, um Mitarbeiter das Arbeiten zu erleichtern, um dem Kunden die Dienstleistung oder das Produkt so gut und so kundennah wie möglich beizubringen. Und wer das perfekt beherrscht, ist Amazon, wer das perfekt beherrscht, ist die Firma Apple, die Firma Microsoft. Und deswegen sind das auch die Bitplayer in der Welt, im Weltmarkt mittlerweile geworden. Nicht nur in ihrem Bereich, sondern generell als Unternehmen, weil die das nie aus den Augen verlieren. Natürlich muss man intern dann auch für die richtigen Verhaltensweisen sorgen. Natürlich muss ich auch für die Mitarbeiterförderung, Entwicklung, alles das sorgen, um Zufriedenheit sorgen. Aber ich darf den Kunden eben, den muss ich an oberster Stelle setzen. Und wenn ich zum Beispiel eine Vertriebsgesellschaft habe, dann muss der Vertrieb eben ganz oben stehen Richtung Kunde. Und nicht alles Mögliche, was an Stab da noch hinterhängt. Der muss in diese Kundenrichtung ausgerichtet werden. Diese Diskussion werden mir in fast allen Unternehmen, die ich betreue, begleite, vor allem aber im Mittelstand viel zu wenig beachtet. Nehmen wir mal den Fall der Digitalisierung. Ich fange also Digitalisierung an. Womit fange ich denn überhaupt an? Wir betrachten diese Digitalisierungsvorhaben immer sehr technisch. Ja, ich will in die Cloud. Ja, ich will dies, ich will das. Ich will die und die Leistung haben. Ich will die und die Systeme haben. Das kommt dann zum Schluss. Was ich da letztlich für Technik brauche, kommt zum Schluss. Sondern das Erste, was ich mir angucken muss, ist, was will ich überhaupt? Ich will Prozesse verbessern Richtung Kunde, effizienter machen, fehlerärmer machen, kundenoptimierter abbilden, also kundengerechter abbilden und will meine Arbeitsweise da entsprechend darauf anpassen, dass ich das möglichst schnell kann. Und natürlich auch fehlerarm und auf den Punkt. So, da muss ich mir erstmal bestehende Prozesse angucken. Oft ist es so, dass wenn die Prozesse und der Mittelstand ist, sind diese Prozesse schon mal oft schlecht definiert. Wenn ich mir die Prozessqualitäten im Mittelstand angucke, da kriege ich manchmal ganz dicke Augen. Und Mittelstand meine ich jetzt nicht eine Fünf-Mann-Firma. Beim Mittelstand meine ich 300.000, 500.000, 3.000 Mitarbeiter ist für mich Mittelstand noch. Es ist auch so definiert. Und da erlebe ich Dinge, dass Prozesse einfach nicht abgebildet sind, rudimentär noch vorhanden sind, dass sie unsauber designt sind. Also, wenn ich dieses unsaubere Prozessdesign und dieses rudimentäre Prozessmanagement digitalisiere, dann verstärke ich noch die Schlechtleistung, die ich mache. Ich komme mit den, ich stoße bei den Mitarbeitern dann auf hohe Frustration, weil die sagen, ist alles noch schlimmer als vorher. Ja, weil sie natürlich die ganzen Schwächen auch verstärken und beschleunigen, die da drin sind. Und oder sich verselbstständigen lassen. Wir hatten ja hier, wir haben ein bestes Beispiel hier im Airbus. Der Airbus 320 war das erste voll digitalisierte, bildschirmorientierte Cockpit. Das heißt, hier im Airbus sparten wir ein den Flugingenieur. Das war so der Start, wo eigentlich in einem Flugzeug noch der A300 und der A310 waren ja noch mit einem Flugingenieur anfangs ausgeschüttet. Ich glaube, die A310 später nicht mehr. 7 zu 7, Europajet damals, Boeing, wissen Sie noch, war der dritte Mann obligatorisch. 737 war eine kleine Maschine, wo das erstmalig wegfiel. Aber die A320 war das wirklich voll auf die Piloten ausgerichtete Flugzeuge. Und der Flugingenieur, sage ich mal, wird hier in Computerform abgebildet mit noch vielen Automatismen mehr. Als diese Maschine Ende der 80er Jahre, 1980er Jahre eingeführt wurde, dann nahm die Unfallhäufigkeit dieses Musters, hat bedrohliche Ausmaße angenommen. Gleich die ersten Maschinen, die flogen, Airfonds, Mühlhausenunfall, Straßburg und, 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 bis hin Lufthansa in den Anfang der 90er Jahre in Warschau, ist alles darauf zurückzuführen gewesen, dass der Mensch, dass die Prozesse der Zusammenarbeit, die Verhaltensmuster der Zusammenarbeit nicht auf Computer ausgerichtet waren. Hier spielt auf einmal ein drittes Besatzungsmitglied mit, sage ich, ein drittes Cockpitmitglied. Das ist der Computer. Und mit dem muss ich ganz anders umgehen. Wenn ich dem eine Zahl eingebe, irgendeine Eingabe machen, die nicht richtig ist, dann zeigt der dem mir aber hier im Teil der Flying Display erst richtig an. Dann fliegt man vielleicht direkt durch diesen falschen Weg nach. Und das geht ruckzuck. Da vertippe ich mich hier irgendwo, wähle eine falsche angebotene Palette von Navigationsmitteln aus. Solche Unfälle sind ja passiert. Wenn ich das nicht merke, dann passiert auch nichts. Wenn ich hier falsche Anflugspeeds eingebe, dann wird er mir auch keine Warnung ausstoßen. So erst, wenn es zu spät ist. Er wird mir nicht sagen, ich bin zu schnell, wenn ich hier eine zu hohe Geschwindigkeit hinterlege. So, und dann sagen viele, ja, dann nehme ich halt den Autopilot raus. Der Berlin-Unfall in Westerland damals, da hat er dann manuell übernommen, der Kapitän, aber im Flight Management in der MCDU waren Falsche wie REF-Werte hinterlegt. Und das zeigt Ihnen das System dann natürlich hier nicht an. Der Flight Director fliegt nach den falschen Werten. Das heißt, Sie bedienen ja mit dem Autopilot im Flight Management nur sozusagen die Ausrichtung Ihres Flight Direktors, um das mal ganz einfach auszudrücken. Wenn ich den falsch programmiere, die Grunddaten, dann fliegt der falsch. Ob ich das manuell steuere oder mit dem Autopilot, ist dann vollkommen egal. Und was die heutige Pilotengeneration dann oft missachtet und was auch jetzt wieder besser, aber eben eine Zeit lang sehr rudimentär noch ausgebildet wurde, war immer, ich tippe hier laufend an dem Ding rum, gebe einen Wert nach dem anderen Anstieg, die Maschine mal zu fliegen im Endplanflug. Also ich habe gelernt, ich bin ja umgestiegen von der Uhrenfliegerei, dann auf diese Art von Cockpit und habe gelernt, wenn das alles mir komisch vorkommt hier, habe ich zwar eine Möglichkeit, nämlich ich mache den Anflug nochmal, oder das Verfahren fliege ich nochmal, ich breche das ab, gehe in einen sicheren Bereich und wenn ich das nicht möchte, das kostet ja auch eine Stange Geld, dann schalte ich das alles ab und fliege per Hand und fliege die Maschine nach den Rohrnaters. Die kenne ich ja. Ich weiß ja, ich habe hier ein Geschwindigkeitsmesser drin, ich habe hier einen künstlichen Horizont drin, ich habe hier einen Höhenmesser drin und ein Vario. Also im Prinzip wie ein Segelflugzeug. Diese Anzeigen habe ich doch, dann soll ich die doch auch mal benutzen. Da muss ich doch nicht hier vorher eine andere wie REF eingeben und dann gucken, ob das da abgebildet wird, wenn das nur noch wenige Sekunden sind, bis ich unten bin. Wenn ich dann so ein Fummelkram hier mache und dann mich auch noch vertue oder einen falschen Wert eingebe, dann fliege ich hier auch garantiert falsch. Das sind die Probleme, die auch genau dann zu Abstützen wie in Mühlhausen, Abstützen wie in Straßburg führten. Da hat man hier einfach falsche Basiswerte angegeben und Zeug, das klingt das halt an, dass man so fliegen muss. Und da der Computer eben diese Abschätzung, diese Plausibilitätskontrollen so nicht perfekt macht, wird hier ein falsches Gefühl der Sicherheit dann vorgegaukelt, wenn ich diesem System einfach blind vertraue und mich damit nicht aktiv auseinandersetze. Warum erzähle ich das? Erst als man hier die Verfahrensweisen geändert hat, an entscheidenden Stellen-Vier-Augen-Prinzip eingeführt hat, Prozesse erheblich verbessert hat, hier im Airbus Arbeitsprozesse verbessert hat, die Abläufe nach dem dritten Besatzungsmitglied, nach dem dritten Cockpitmitglied mit ausgerichtet hat, erst dann nahmen die Abschlüsse ab. Und der Airbus wurde richtig sicher. Entschuldigung. Es ging ja so weit Anfang der 90er, dass das Ding wieder vom Markt genommen werden sollte, weil die Passagiere sagten, das steigen ja. Weil wenn da, sage ich mal, im Monatstakt so ein Flugzeug abstürzt, es ist immer das gleiche Muster, es ist immer Pilotenversagen letztlich dahinter, dann macht man sich langsam Sorgen und sagt, oh, das wird doch nicht so sicher, ich lasse das mal lieber, steige ich lieber ein uneffizientes Flugzeug an, da komme ich wenigstens lebend wieder raus. Und das musste man, diesen Ruf musste man natürlich ganz schnell bekämpfen, sonst wäre es um das Flugzeug geschehen gewesen. Und das hat man dann auch gemacht, indem man eben die kompletten Abläufe, Verhaltensmuster im Crew, Ressourcemanagement, da hat Digitalisierung dann auch einen echten Stellenwert bekommen und nicht so, ja, ist doch egal, seid jetzt digitalisiert, kann ja eigentlich das mal, was ich vorher gemacht habe. Das hat man geändert. So, und genau so, erst dann wurde es besser, und genau so muss das im Unternehmen auch laufen. Im Unternehmen begegne ich heute genau dem gleichen Fehler. Man lässt die Prozesse einfach so, man kümmert sich da gar nicht drum, man ergänzt sich an der Technologie, die man sich da kauft oder einbauen lässt oder anschafft, diskutiert rum, klaut hin, klaut nicht, klaut doch, anstatt auch mal an Grauzonen zu denken, an Mischmodelle. Man hat überhaupt nicht das Ziel im Auge, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, was will ich am Ende der Kette haben, mit welchen Prozessen arbeite ich da. Und das Nächste, was man einbeziehen muss, ist, wer arbeitet denn damit? Das ist auch eine große Schwäche. In der Luftfahrt haben die Piloten einen enorm großen Einfluss darauf, ein bisschen umstellen, einen enorm großen Einfluss darauf, wie Prozesse mit beeinflusst werden. Dafür haben wir das Aviation Safety Reporting System, ein exzellentes Fehlermanagement, was das beeinflusst. Das gibt es im Mittelstand oder in den Unternehmen generell nicht. Ich habe selten bisher eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich sage, in einem Fall mal ein wirklich gutes Fehlermanagement erlebt. In den allermeisten Fällen gibt es das überhaupt nicht. Da gibt es ein QM. Da guckt sich einer, ob hinten das Endprodukt rauskommt. Aber Fehlermanagement setzt im Prozess, beginnend, sind im Prozess Fehlerstellen drin, wo ich sagen muss, wenn ich das besser mache, habe ich die eliminiert. Oder da habe ich eine große Gefahrenquelle, eine Barriere hält besser in Richtung Vermeidung einer fatalen Fehlerkette. Und das gibt es im Unternehmen nicht. Und auf diese schlechten Designs von Prozessen, auf dem schlechten Prozessmanagement, auf den völlig unklaren Zielen, die häufig nach innen gerichtet sind und nicht nach außen gerichtet sind, der Kunde, baue ich, dann mache ich dann Digitalisierung. Das ist der Anfang vom Untergang. Da habe ich ein digitalisiertes Unternehmen, was aber im Ergebnis viel schlechter arbeitet. Im besten Fall genauso arbeitet wie vorher, ohne Vorteil. Und das darf ich nicht tun. Da muss ich ganz von vorne erstmal anfangen. Bevor ich zur Technik komme, habe ich einen weiten Weg. Und selbst relativ einfache Umstellung im Mittelstand in Richtung komplett digitale Strukturen und damit auch automatisierte Strukturen, das muss ich mir halt auch überlegen, stoße ich auf Prozesse, die ich jetzt automatisieren kann, die ich automatisiert oder mit künstlicher Intelligenz viel besser abbilden kann als vorher von der Qualität. Da brauche ich, da reden wir über Teilschritte von vielen Monaten und über ein Endziel vielleicht von zwei, drei Jahren nachher. Das geht mal nicht so schnipp, schnapp, schnupp. Und da reden wir über richtig Geld, was ich in die Hand nehmen muss. Und wenn da die Ergebniserziehung, die Ergebniserwartung in Richtung Effizienz nicht eintritt, dann schmeißt das zum Fenster raus. Das also zum Thema nochmal Digitalisierung. Digitalisierung.